jo leute mit diesem kurzen video würde ich mal kurz bescheid geben dass ab heute mein kompletter kanal werbefrei sein wird jedenfalls was so die angeschalteten anzeigen in den videos betrifft die story war ja so dass vor gut einem jahr mein kanal gehackt wurde wer das noch nicht wusste dem würde ich halt das hier das video mal ans herz legen wie man youtube kanal gehackt wurde ich hatte halt auch großes glück ihn wieder zu bekommen jedenfalls war ja bis zum hack meinen kanal sowieso monetarisiert und es gibt ja so eine aushaltungsgrenze von mindestens 70 euro dass man das geld von youtube ausbezahlt bekommen kann und ja bis zu diesem zeitpunkt war ich ungefähr bei 40 euro dann habe ich mich halt entschlossen wieder alles zu monetarisieren danach weil ich mich nicht von diesem bullshit unterkriegen lassen wollte und halt mal 70 euro wenigstens so als kleine entschädigung bekomme was jetzt auch der fall gewesen ist und ja dann habe ich mich halt gleich reingemacht alles zudem monetarisieren ich kann jetzt auch mal kurz den filter aktivieren hier mit monetarisierung und monetarisiert und da werden keine videos mehr gefunden ein kleines problem könnte halt wenn dann noch das hier sein das hat der youtuber so geht youtube noch ein bisschen erklärt dass youtube trotzdem werbeanzeigen schaltet obwohl die videos nicht monetarisiert sind da steckt sich halt youtube das ganze geld in die eigene tasche ohne halt dann den creator zu belohnen also falls dann doch mal vorkommen sollte dass irgendwie werbung dann auf meinem video angezeigt wird ich teste es ja auch selbst nochmal aus dann liegt es halt daran da habe ich aber leider keinen einfluss drauf und ja wie sieht sonst so aus ich habe jetzt nach längerem mal wieder disney plus gegönnt für den monat da gibt es ja wieder zwei neue serien staffeln einmal ishoka und dann noch mal bad batch staffel 3 ist jetzt auch das erste mal auf dem modell fernseher und abgedreht ist es ja in dolby vision deswegen habe ich mir auch die premium variante von disney plus geholt weil es dann natürlich sowieso in 4k noch ist und ich weiß jetzt gar nicht ob man wir wissen dennoch bei der kleineren variante mit bei hätte den film solo wollte ich mit dem kollegen auch noch mal gucken und dann ansonsten sind auch noch ein paar marvel filme zum beispiel offen so black widow oder quantum mania die muss man dann auch noch ein bisschen abarbeiten und damit es auch gut gelingt habe ich mir noch eine neue anlage bestellt von teufel mal das ist die cinema 11 ansonsten hatte ich eine soundbar von yamaha oder jetzt auch kurzzeitig noch den bose tv speaker von meinen eltern kurz ausprobiert aber wenn die nachbarn im urlaub sind kann man es damit denke ich mal noch ein bisschen besser krachen lassen ähnliches gilt auch für den pc da wollte ich jetzt auch ein bisschen von meinen bose kompagnon wegkommen und auch noch was mit zapwoofer bestellen und zwar von logitech wahrscheinlich ein schönes 2.1 system hätte sondern noch eine variante größer gegeben mit thx sound also fangs wie ich es nenne das wurde auch von george lukas sogar gegründet aber ich denke das hier sollte auch ausreichend sein und dann gibt es noch ein kleines zubehör für meinen kanal damit es jetzt nicht mehr immer so noch aussehen muss und zwar den mikrofon ständer ja nach etlichen jahren die ich mir dann doch immer ein zu das passt ja noch ein bisschen besser noch zu meinem schreibtisch setup naja und zum schluss wollte ich mich noch kurz für die 1600 aufrufe jetzt schon bedanken das ist wirklich das erste video nach dreieinhalb jahren das wieder über die 1000 aufrufe gekommen ist das letzte war ja die wohnung in ingolstadt also hier hat jetzt der algorithmus mal wieder funktioniert sogar also danke für eure treue und bis zum nächsten mal bis dann die Vielen Dank.